Das Ministerium Lamasch war die letzte von Kaiser Karl I. bestellte Regierung der österreichischen Länder. Sie folgte auf das nur drei Monate amtierende Kabinett von Max Hussarek von Heinlein. K.K. Ministerpräsident wurde der Nicht-Politiker und Rechtswissenschaftler Heinrich Lamasch. Das Kabinett wurde während des Zerfalls Österreich-Ungans am Ende des Ersten Weltkriegs ernannt und blieb auf Wunsch des Kaisers bis zu seinem Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften in Deutsch-Österreich im Amt. Ebenso blieben bis zu diesem Tag die 3 bis 31. Oktober 1918 gemeinsamen Minister beider Reichshälften im Amt Vorschlag zur Ernennung. Die schon unter Franz Josef I. herrschende Ratlosigkeit, wie die Zukunft der Monarchie zu sichern sei, setzte sich unter Karl I. fort und verstärkte sich 1917 mit dem Kriegseintritt der USA und 1918 mit der befürchteten Niederlage im Ersten Weltkrieg. In den zwei Jahren seiner Regierung ernannte der junge Kaiser insgesamt 4 K.K. Ministerpräsidenten ohne damit die Lage zu verbessern. Die letzte Ernennung fiel in Wochen, in denen die Doppelmonarchie als Ganzes und speziell Cis-Lithenien unübersehbar in Auflösung begriffen waren. Der Publizist Friedrich Wunder hielt fest, der Vorschlag zur Ernennung Lamaschs zum Ministerpräsidenten sei am 24. Oktober 1918 in der von ihm geleiteten christlich-sozialen Wiener Tageszeitung Reichspost gemacht worden, und zwar nach Unterredungen mit dem christlich-sozialen Vordenker Ignaz Seipel. Das Blatt habe unter dem Titel Einordnungsministerium die Einsetzung einer überall neuen Fraktionen stehenden Ordnungsgewalt verlangt, die als unparteiische Sachwalterin der künftigen nationalen Staatswesen fungieren und bis zu deren Etablierung die Aufrechterhaltung der Infrastruktur gewährleisten solle. Vertreter der neuen Nationalräte könnten sich an dieser Regierung, die keine Zentralregierung im bisherigen Sinn sein würde, beteiligen. Das Blatt schlug dem Kaiser vor, Heinrich Lamasch ohne Verzug zu bestellen. Die Parlamentsparteien hätten diesen Vorschlag nicht abgelehnt. Nüchterner schätzte wohl am 26. Oktober 1918 die Wiener Tageszeitung Neue Freie Presse das international bekannteste Blatt Altösterreichs. Die Lage ein, die Lamasch als Liquidator des alten Österreich und seine Regierung als Liquidationsministerium ankündigte. Es wurde betont, dass er die so gut wie unlösbare Aufgabe übernommen habe, aus den schon getrennten Teilen Altösterreichs mit ihren Nationalversammlungen einen neuen Staatenbund zu gestalten. Dies entsprach, wie sich in den nächsten vier Tagen herausstellen sollte, der Realität. Das Zentralorgan der Sozialdemokratie, die Arbeiterzeitung, ging am 26. Oktober davon aus, der Hauptsekt der Berufung Lamasch sei wohl, dass seine Ernennung auf das gegnerische Ausland einen guten Eindruck machen kann. Das Kabinett Lamasch wäre eine Regierung der friedlichen Auseinandersetzung im Innern und der Erlangung des Friedens nach außen. Gegenüber dem Ernst dieser Aufgaben müssen natürlich alle Bedenken zurücktreten. Seipel, Redlich und Schumpeter seien als Regierungsmitglieder im Gespräch. Es wurde aber auch berichtet, dass Tschechen und Südslaven die Beteiligung bereits abgelehnt hätten. Minister, das Ernennungsschreiben für Lamasch und die Minister wurde in der amtlichen Wiener Zeitung am 28. Oktober 1918 publiziert. Fünf Minister waren bereits seit 1917 im Amt. Weitere drei hatten dem am 27. Oktober 1918 enthobenen Ministerium Hussarek Heinlein angehört. Der Ministerpräsident und fünf Minister wurden zum ersten Mal in die K.K. Regierung berufen. Nach dem Ende der Monarchie dienten fünf Mitglieder des letzten kaiserlichen Kabinetts dem republikanischen Österreich. Lamasch fungierte als Berater der österreichischen Delegation bei den Friedensverhandlungen in Saint-Germain 1919. Seipel wurde christlich-sozialer Parteiführer, Bundeskanzler und einer der umstrittensten Politiker der Ersten Republik. Redlich und Paul dienten als Fachminister. Vittorelli wurde als Präsident des Verfassungsgerichtshofes berufen. Situation von Staat und Regierung Am Tag nach der Ernennung der Regierung wurde in Prag der republikanische tschechoslowakische Staat gegründet. Man begann, kaiserliche Embleme zu entfernen. An Widerstand der bisherigen Staatsgewalt war nicht zu denken, da die Interessen der tschechischen und der deutschen Althösterreicher auch in Heer und Polizei weit auseinanderlagen. Bis zum Ende des Oktober 1918 machten sich ausgenommen die Bukowiner, alle nichtdeutschen Gebiete Cislytheniens, wie seit 1917 angekündigt, von Althösterreich unabhängig, ohne die Wiener Regierung noch weiter zu beachten. Die in Wien von staatsloyalen Kräften noch Mitte Oktober gehegte Hoffnung, der Reichsrat und die K.K. Regierung könnten den geordneten Umbau Altösterreichs in einen Staatenbund moderieren, erwies sich als illusorisch. In den deutschen Gebieten der bisherigen westlichen Reichshälfte Österreich-Ungarns nahm am 30. Oktober 1918 die erste Regierung Deutschösterreichs. Die Staatsregierung René, die Arbeit auf, nachdem bereits seit 21. Oktober 1918 die provisorische Nationalversammlung getagt hatte. Die Realunion Altösterreichs mit dem Königreich Ungarn wurde von diesem, wie Mitte Oktober angekündigt, mit Zustimmung des Kaisers und Königs per Ende Oktober 1918 beendet, so dass auch für die drei gemeinsamen K.U.K. Ministerien die Existenzgrundlage wegfiel. Vielerorts wurden Ende Oktober die Kaiserradler und die Buchstaben K.K. bei Aufschriften entfernt, unter anderem in Prag und Wien, wo Offiziere auf der Straße dazu gedrängt wurden, die kaiserlichen Kokaden von den Kappen zu nehmen. Am 1. November leistete Johann Schober, Leiter der Polizeidirektion Wien, den Eid auf den deutsch-österreichischen Staatsrat. In Graz drohten die Sozialdemokraten, bei einer Massenversammlung am 3. November 1918 alle kaiserlichen Embleme zu entfernen. Daraufhin ordnete die Stadthalterei am 2. November mit Zustimmung von Innenminister Geier an, die Embleme von Amts wegen zu beseitigen. Am 30. Oktober 1918 wäre das Ministerium Lamasch im Abgeordnetenhaus des Reichsrats vorzustellen gewesen. Doch wurde dessen Sitzung mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse innerhalb von zwei Minuten auf den 12. November 1918 vertagt, ohne dass die neue Regierung auch nur erwähnt worden wäre. Am gleichen Tag hätte sich das neue Kabinett im Herrenhaus des Reichsrats vorstellen sollen. Da Lamasch zuvor mitgeteilt hatte, zu einer Regierungserklärung nicht in der Lage zu sein, wurde die Sitzung nach fünf Minuten geschlossen. Es handelte sich um die letzte Sitzung des Herrenhauses vor seiner Abschaffung am 12. November 1918. Das Ministerium Lamasch übergab seine deutsch-österreichischen Agenten in den 1. November-Tagen 1918 an die Staatsregierung Renner. Ansonsten waren die K.K. Minister mit diversen organisatorischen Aufgaben im Übergang von der K.K. Staatsverwaltung zu den Nachfolgestaaten beschäftigt. Mit dem am 3. November 1918 von der K.U.K. Armee im Namen des Kaisers geschlossenen Waffenstillstand mit den Kriegsgegnern war weder das Ministerium Lamasch noch der Reichsrat befasst. Der deutsch-österreichische Staatsrat, den der Kaiser einzubinden versucht hatte, lehnte jede Mitverantwortung ab. Im Reichsgesetzblatt fand die Arbeit der kaiserlichen Regierung nur mehr geringen Ausdruck. Neue Gesetze waren aufgrund der politischen Situation nicht mehr möglich. Handelsminister Weser erließ aufgrund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes eine Verordnung über den Verbrauch von Zeitungsdruckpapier. Finanzminister Redlich kündigte neue Banknoten zu 25 und zu 200 Kronen und Kassesscheine an. Innenminister Geier hob wirksam am 3. November 1918 im Einvernehmen mit Justiz. Finanz- und Handelsministerium die seit Kriegsbeginn 1914 erlassenden Verbote der Einfuhr und Verbreitung der im feindlichen Auslande erscheinenden Druckschriften auf Verzichtserklärung und Enthebung Nach dem Bekanntwerden der Abdankung des deutschen Kaisers am 9. November 1918 war man im Kabinett allgemein der Auffassung, dass nun auch Karl I. nur mehr resignieren könne. Man befasste sich daher intensiv mit dem Entwurf einer vom Kaiser von Österreich abzugebänden Erklärung und arbeitete dazu mit dem deutsch-österreichischen Staatsrat zusammen. Zum Vorgang liegt vom letzten K.K. Finanzminister Josef Redlich eine detaillierte Darstellung vor. Am 11. November 1918 konnte Karl I. in Schloss Schönbrunn von Lamasch und Geier zu Mittag dazu bewogen werden, auf die Ausübung seiner monarchischen Funktionen zu verzichten und dazu die von kaiserlichen und deutsch-österreichischen Politikern ausgearbeitete Verzichtserklärung zu unterschreiben. Lamasch und seine Minister wurden um 14 Uhr vom Kaiser enthoben. Die Besiegelung des Untergangs Althösterreichs wurde von einigen enthobenen Ministern als sehr traurig empfunden. Kaiser Karls Verzicht und das Ende des Ministeriums Lamasch wurden noch am 11. November 1918 per Extra-Ausgabe der Wiener Zeitung publiziert. Unter der Verzichtserklärung wurde mitgeteilt, der deutsch-österreichische Staatsrat werde in der provisorischen Nationalversammlung tags darauf den Antrag stellen, den Staat per Gesetz zur Demokratischen Republik zu erklären. Da das cis-leitanische Staatsgebilde keinen Nachfolger hatte, hatte auch das Ministerium Lamasch keinen formellen Nachfolger. Die Wiener neue freie Presse, die die Verzichtserklärung des Kaisers am Morgen des 12. November trocken als Rücktritt vermerkte, kommentierte den Abgang Lamasch so. Das Ministerium Lamasch war als Liquidationsministerium auf die Szene getreten. Inzwischen haben die Völker die Liquidation selbst besorgt. Das Liquidationsministerium, das von Anfang an ohnehin nur ein Scheindasein geführt hat, ist verschwunden. Auch der letzte Moment der Gemeinsamkeit der Staaten der Monarchie hat aufgehört. Die provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich bestimmte in Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 1918 über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich. Die K.U.K. und die K.K. Ministerien werden aufgelöst. Die mit Außenpolitik, Militär und Finanzen befassten ehemaligen K.U.K. Minister waren auf Wunsch der deutsch-österreichischen Staatsregierung unter deren Aufsicht noch einige Wochen bzw. Monate mit Liquidierungsaufgaben befasst. Bis 31. Oktober 1918 gemeinsame Minister, die im Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten zusammentretenden K.U.K. Minister, bis 31. Oktober 1918 für beide Reichshälften zuständig, unterstanden dem Kaiser und König direkt und gehörten nicht dem Ministerium Lamasch an. Die letzten Amtsinhaber waren